Sind Familienunternehmen im Durchschnitt höher oder geringer verschuldet als Nicht-Familienunternehmen? Diese Frage steht beim Thema der Kapitalstruktur von Familienunternehmen häufig im Vordergrund. Wissenschaftliche Studien zu dieser Frage bieten zum Teil widersprüchliche Argumente. Einige Forscher betonen, dass Familienunternehmen an einer geringen Verschuldung besonders interessiert sein sollten. Schließlich gilt, je höher die Verschuldung, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz, die für Unternehmerfamilien noch einschneidender ist als für reguläre Aktionäre. Denn in der Regel ist ein Großteil des Familienvermögens in einem einzigen Unternehmen gebunden. Zudem ziehen Unternehmerfamilien häufig auch nicht-ökonomischen Nutzen, wie zum Beispiel persönliche Reputationseffekte aus dem Unternehmen. Andere Forscher betonen, dass Unternehmerfamilien die Kontrolle über das Unternehmen nicht mit anderen Aktionären teilen möchten. Wenn also weiteres Kapital benötigt wird, dann ziehen viele Unternehmerfamilien zusätzliches Fremdkapital, einem Börsengang oder ähnlichen Eigenkapitaloptionen vor. Im Resultat könnten so besonders hoch verschuldete Familienunternehmen existieren. Empirische Ergebnisse bieten leider bisher kein einheitliches Bild. Einige Forscher berichten, dass Familienunternehmen im Durchschnitt geringer verschuldet sind als Nicht-Familienunternehmen. Andere Forscher berichten das Gegenteil. Gründe für solche Diskrepanzen liegen zum Beispiel bei unterschiedlichen Definitionen von Familienunternehmen oder unterschiedlichen nationalen Kontexten. Internationale Datensätze mit Beobachtungen über mehrere Jahre hinweg könnten in Zukunft die empirischen Erkenntnisse verbessern. Für die Praxis gilt jedoch bereits jetzt Folgendes. Erstens, Familienunternehmen bevorzugen Eigenkapital aus der Familie gegenüber Fremdkapital oder externem Eigenkapital. Zweitens, wenn externes Kapital benötigt wird, dann haben Familienunternehmen die Wahl zwischen höherem Firmenrisiko bei Fremdkapital und potenziellem Kontrollverlust bei externem Eigenkapital. Drittens, welche der externen Finanzierungsoptionen gewählt wird, hängt von den persönlichen und zum Teil emotional geprägten Präferenzen der jeweiligen Unternehmerfamilie ab. Sie die werden in den 2019 Untertitelung des ZDF, 2020